Sag mal, wie heißt du eigentlich? Daniel. Daniel, ich glaube beim letzten Mal habe ich gesagt, du kannst heute nicht mehr drankommen zum Interview. Wir kommen mal beim nächsten Mal vorbei, ja? War das so? Ja. Und was willst du uns denn heute erzählen? Glaubst du denn, dass wir heute gewinnen? Ja, ich glaube wohl. Ja? Und wie viel? 2 zu 1. 2 zu 1. Das würde bedeuten, dass wir Gruppenerster werden. Das weißt du, ne? Und das bedeutet, dass wir im nächsten Spiel, im Achtelfinale, gegen wen spielen müssen? Äh. Gegen England. Ja. Ja? Schaffen wir das? Ja, sicher. Dem Rony wollen wir es zeigen, ne? Jo, sicher gewinnen wir. Und wie stimmen wir uns heute ein, dass die deutsche Mannschaft gewinnt? Einfach? Äh, jubeln. Ja los, dann fangen wir an. Äh. Okay, danke schön.